Wenn Sie führen, sollten Sie ein gutes Vorbild sein. Da werden einige jetzt sagen, das ist nicht zu erhellend und auch nicht zu neu. Und dennoch müssen wir darüber sprechen, warum Führungskräfte ihren eigenen Ansprüchen eben auch genügen müssen. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich Thema? Grund ist, es gab eine ganze Menge E-Mails, die ich bekommen habe mit verschiedensten Fällen, die wir auch hier besprechen werden, unter anderem. Natürlich müssen Führungskräfte kritische Entscheidungen treffen. Ein paar Dinge müssen wir nämlich vorab klären. Klar, sie müssen kritische Entscheidungen treffen. Das bestreitet niemand. Das kann auch wirklich hart sein, dass sie sagen, es gibt Veränderungen. Es gibt Kürzungen, es gibt Entlassungen im schlimmsten Fall. Meistens geht es um Geld, es geht um Personal, es geht um Zeit. Und wenn Sie aber dann diese Entscheidungen treffen, dann ist es so, dass Sie entsprechend auch, natürlich in der Reflexion anderer Leute, natürlich hinterfragt werden. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Ist das der richtige Weg gewesen? Oder hätte man anders entscheiden können? Und vor allen Dingen, können Sie Ihren eigenen Ansprüchen eben auch Genüge tun? Genügen Sie Ihren eigenen Ansprüchen? Und genau darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Wenn Leute jetzt sagen, ja, gibt es denn so krasse Beispiele? Ja, die gibt es auf verschiedenen Ebenen. Und zwar völlig egal, ob im sozialen Bereich oder im freiwirtschaftlichen Bereich oder im öffentlichen Dienst oder in der Politik. Einfach nur mal einige Beispiele, die mit Sicherheit hier bekannt sind. Boris Johnson, der damals als Premierminister gesagt hat, Mensch, während der Pandemie müssen wir uns alle mal ein bisschen weiter auseinander bewegen. Social Distancing, wir können keine Menschen treffen. Und was kam raus? Er hat während der Zeit im Westminster, da wo die Politik dann zu Hause ist, in seinem Garten eine Party gefeiert. Es gab eine kleine Strafe. Dennoch natürlich ist die Symbolwirkung absolut katastrophal. Wir hatten jetzt gerade, das ist gerade erst letzte Woche jetzt passiert, Annalena Baerbock, die mit einem Flieger, also mit einem Privatjet, 187 Kilometer nach einem Fußballspiel geflogen ist. Und das auch noch während der Zeit, wo normalerweise Nachtflugverbot war, das heißt Umweltschutz. Nun ja, man kann 187 Kilometer mit Sicherheit auch anders zurücklegen. Und das Nachtflugverbot wurde gerade von den Grünen erst durchgefochten, wenn man das dann selber bricht. Not a good luck. Macht keinen guten Eindruck. Und jetzt aber ein Punkt, den ich jetzt gerade von einer Person hier auch zugestellt bekommen würde, den ich reden darf. Es ist bestätigt worden von der Person, natürlich anonym. Eine Firma, die im Bereich Bauwesen unterwegs ist, arbeitet weltweit. Dort gibt es ein Problem. Es gibt derzeit weniger Umsatz. Ein paar Kunden haben ihre Rechnung nicht bezahlt. Es gibt Insolvenzen. Man muss daher jetzt Kosten sparen. Und dann hat man entschieden, man hat jetzt Mitarbeitenden, die global fliegen, die Premium Economy Flüge gestrichen. Man fliegt jetzt Economy. Einige, die jetzt eventuell nicht so oft interkontinental fliegen, werden den Unterschied nicht kennen. Economy Flüge sind diese winzigen kleinen Flüge, die Sitze, die sie eventuell kennen, wenn sie kurze Strecken fliegen von irgendwo nach, von A nach B. Meistens deutlich unter zwei Stunden, wo sie dann sagen, ist halt nicht angenehm, aber hält man halt aus. Premium Economy hat auf beiden Seiten deutlich mehr Platz. Sie können sich ausstrecken. Sie können nahezu, nicht komplett, aber in eine nahezu Liegelage kommen. Es ist deutlich entspannter, sie können auch arbeiten, ohne dass Leute ihnen eben aufs Notebook schauen und so weiter. Das ist bei Economy alles nicht mehr möglich. Achso, wichtig noch als Detail. Natürlich können die normalen Mitarbeitenden nicht mehr Premium Economy fliegen, weil das halt zu teuer ist. Aber das Management fliegt weiter Business Class oder First Class. Das nur am Rand. Und übrigens, das wurde kommuniziert in einer E-Mail, wo also gesagt wurde, dass das Ganze passiert hier im Geiste des Zusammenhaltens, in the spirit of acting as one, wo Leute also sagen, es geht hier um Zusammenhalt, ein gemeinsamer Ansatz und so weiter. Und klar ist halt auch, solche Rundmails sind schon mal nicht optimal. Machen sie sich wenigstens die Mühe und machen ein Video draus, damit Leute sich irgendwo abgeholt fühlen. Kommt völlig anders an. Aber diese Rundmails, wo kurz abgefrühstückt wird, so ist es jetzt, sorgen selten dafür, dass irgendwas besser wird. Natürlich sagen jetzt aber Leute, okay, was soll ich denn sonst tun? Wenn ich jetzt sparen muss, dann gibt es doch Dinge, die ich berücksichtigen muss, wo ich sparen kann. Natürlich. Aber hier ein ganz simples Beispiel. Wenn jetzt Leute sagen, statt Premium Economy fliegen sie Economy, da haben sie Ersparnisse, ich gebe Ihnen ein simples Beispiel, weil ich fliege selber Premium Economy, wenn ich in die USA fliege von London aus, da zahlen sie 200 Euro ungefähr mehr für Premium Economy. Von Premium Economy auf Business liegen die Unterschiede bei irgendwas zwischen 1000 und 2500 Euro, wenn nicht noch mehr zu Stoßzeiten und Hauptreisezeiten. Also der Hebel, weil einige werden sagen, es gibt ja auch viel weniger Manager als Mitarbeitende. Der Hebel ist trotzdem gigantisch viel höher und vor allen Dingen der Nutzen halt auch einfach viel geringer. Wenn Leute halt sagen, sie möchten gerne entspannt ankommen und wenn sie entspannt ankommen, müssen sie auch arbeitsfähig sein, sie möchten auch arbeiten können, ohne dass jemand auf dem Schoß sitzt. Das kann man in der Premium Economy wunderbar machen. Und wenn dann sagt, wenn das Management sagt, wir fliegen halt weiter Business, haben sie hier einfach eine Lücke. Jetzt müssen wir ein paar Grundsätze klären. Wenn einige sagen, ja was soll ich denn sonst tun, wenn ich Kosten sparen muss? Sie müssen sich ein paar Fragen stellen. Fragerunde 1. Fragen Sie sich mal, was ist genau passiert? Warum müssen Sie handeln und wer bewegt Sie zum Handeln? Und wenn dann es keinen wirklichen Grund gibt, mal ein Beispiel, wenn gesagt wird, wir haben weniger Umsatz, daher müssen wir Kosten sparen. Das klingt ja erstmal ganz logisch, aber nur, wenn Sie Mitarbeitende haben, die keine Bilanzen lesen können. Bei dieser Baufirma, über die ich spreche, da ist man halt nur von einfach hyperrentablen Jahren auf nur noch rentable Jahre gegangen. Eine ganz normale Schwankung innerhalb von Kundenaufträgen, wenn große Projekte enden, nicht direkt große nachkommen, dann kommt das mal vor. Aber scheinbar wollte man doch lieber kommunizieren, wir haben weniger Umsatz, daher müssen wir Kosten sparen. Natürlich haben sofort Mitarbeitende herausgefunden, was Sache war. Und dann war die Frage, wer bewegt denn jetzt hier zum Handeln? Denn man kann ja sagen, ja, wir möchten proaktiv Kosten sparen, damit es gar nicht erst zur Problemlage kommt. Nun ja, was rauskam, es waren halt Investoren, also Menschen, die mit dem Geschäft an sich nichts zu tun haben. Wenn Sie immer noch als Führungskraft sagen, ich agiere rein nach Shareholder Value, eine Managementmethode, die längst aus der Zeit gefallen ist. Das wissen wir noch aus Zeiten von Josef Ackermann und der Deutschen Bank. Wenn Sie nur nach Shareholder Value gehen, dann werden Ihnen die Mitarbeitenden in Scharen entweder weglaufen oder sich krank melden oder deutlich demotiviert werden. Denn Sie verlieren auf jeden Fall zigfaches an Produktivität, haben also am Ende auch nicht wirklich Geld gespart. Und nebenbei, Führungskräften, die halt rein nach Shareholder Value gehen, denen folgt meistens niemand, weil Leute halt sagen, es geht sowieso nicht um mich. Es geht hier um irgendwelche Leute, die irgendwo sitzen, die nichts mit dem Geschäft zu tun haben, die auch keine Ahnung von dem Geschäft oft haben, sondern einfach sagen, ich stecke hier Geld rein und am Ende soll mehr unten rausfallen durch Dividende. Fragerunde Nummer 2, wenn Sie die erste Runde jetzt durchhaben. Die Fragerunde Nummer 2 ist, welche Wege zum Ziel gibt es jetzt? Und dann gibt es natürlich einen Zielkonflikt, denn es gibt natürlich verschiedenste Wege zum Ziel. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben komplett unterschiedliche Ziele, also mal ein Beispiel, eine Person sagt, wir müssen Kosten sparen, andere sagen, müssen wir nicht sparen. Bei einem Zielkonflikt mit anderen Zielen müssen Sie sich ganz klar nach einer ganz normalen Matrix, die Sie aufstellen mit einer Bewertung, am Ende sagen, welchen der beiden Wege gehen wir. Wenn Sie den Mittelweg gehen zwischen den beiden, erreichen Sie relativ wenig. Ein Zielkonflikt, wenn Sie A oder B haben und Sie sagen, wir machen ein bisschen von beidem, führt dazu, dass beide Seiten sagen, ich bin unzufrieden. Da haben Sie gar nichts erreicht. Wenn Sie halt sagen, wir haben A oder B und Sie sagen, hier ist die Entscheidungsmatrix, wir machen B, weil, wir machen A, weil, dann sind Leute informiert worden, eventuell nicht glücklich, wissen aber wenigstens, woran sie sind. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben einen Zielkonflikt mit unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel, also das heißt, beim Ziel sind Sie sich einig. Beim Weg zum Ziel, da können Sie jetzt sagen, wir können verschiedene Dinge, Mensch, da hat die Seite eine gute Idee, da hat die Seite eine gute Idee, dann können Sie verschiedene Dinge miteinander mischen, um das Beste aus beiden Welten abzuholen. Das ist Fragerunde Nummer 2. Bei der Fragerunde Nummer 3 ist die Frage immer, wie wird der Erfolg nachgehalten? Und auch hier vielen Dank für E-Mails, die ich bekommen habe. Wenn ich höre, dass bei manchen Firmen jetzt Führungskräfte sagen, wir holen die Leute wieder ins Büro, Begründung ist, man ist zu Hause nicht produktiv genug. Also erstens muss das belegt werden. Wenn Sie das nicht belegen können, sagen Sie einfach nur, Sie halten Menschen für faul und Sie mögen Remote Work nicht. Dann sind Sie einfach eine nicht geeignete, aus der Zeit gefallene Führungskraft. Wenn Sie sagen, man ist nicht produktiv und Sie können sagen, hey, wir haben früher 27 Angebote geschrieben die Woche und jetzt nur noch 15, dann können Sie alle nachvollziehen. Aber wenn Sie sagen, es gibt keine Begründung, logischerweise wird es als Willkür gelten. Und wenn Sie dann am Ende noch sagen, am besten von so einer Probezeit von 1-2 Wochen, also einem viel zu kurzen Zeitraum, dass Sie sagen, boah, wir sind so viel produktiver, wenn wir vor Ort arbeiten, dann fragen natürlich Leute zurecht und das wird wie belegt. Und wenn Sie das nicht nennen können, dann ist auch das wieder Willkür und Sie kommunizieren vor allen Dingen eins, Sie vertrauen Mitarbeitenden nicht, Sie halten Menschen für faul. Es ist nur eine Frage der Zeit übrigens, wenn Sie sich bis heute nicht mit Remote Work und dem Arbeiten von zu Hause oder dem Arbeiten von überall, wenn es denn juristisch erlaubt ist, je nachdem welches Geschäftsmodell Sie haben, wenn Sie sich mit dem nicht anfreuen können, dann lernen Sie es zeitnah, denn es wird heute erwartet. Es ist eine Frage der Zeit, bis ansonsten Leute sagen, wenn Sie wollen, dass ich 4 von 5 Tagen die Woche im Büro bin, dann möchte ich hier ganz normal Zeitaufwände haben. Dann ist die Reisezeit plötzlich Arbeitszeit und dann gucken Sie ganz gewaltig in die Röhre. Oder Sie sagen, das zahlen wir nicht und plötzlich wundern Sie sich, warum sich keiner mehr bei Ihnen bewirbt, denn die Talentlage wird nicht einfacher. Wie wird der Erfolg nachgehalten? Sie müssen ganz klar in der Bringschuld, die Sie haben, entsprechend dann Ihren Ansprüchen auch Genüge tun, die Sie dort entsprechend skandiert oder eben geäußert haben. Und es kann auch sein, da bricht keinem ein Zacken aus der Krone, dass Sie sagen, Mensch, hatte das Gefühl, wir sind weniger produktiv, das war aber halt nur ein diffuses Gefühl, die Arbeit wird ja gemacht, es tut mir leid, ich lag falsch. Damit bricht keinem ein Zacken aus der Krone. Wie setzen wir das Ganze jetzt um, wenn wir besser werden wollen im Hinblick auf, wir halten unsere Versprechen und vor allen Dingen unseren eigenen Ansprüchen Genüge tun? Erstens, Sie brauchen Management Commitment. Alle machen mit, keine Ausnahmen. Führungskräfte sind primus inter pares, die ersten untergleichen. Wenn Sie sagen, bei Reisekosten muss Geld gespart werden, dann müssen alle bei Reisekosten Geld sparen und nicht nur manche. Solche Dinge sind absolut unabdingbar. Wenn Sie halt sagen, ein Gesetz für uns, ein Gesetz für die anderen, dann werden Leute Sie genauso behandeln, wie Sie agieren, nämlich gutsherrenartig. Und Menschen werden sagen, wir fühlen uns hier unterdrückt und willkürlich behandeln. Und glauben Sie mir, diese Willkür bekommen Sie doppelt und dreifach zurück. Also geringere Produktivität, geringere Motivation, höhere Fluktuation, höherer Absentismus und Krankenstein. Und damit ist automatisch sofort schlechtere Produktivität verbunden und sofort sinkt der Ertrag. Und zwar sogar garantiert betriebswirtschaftlich gesehen. Heißt also im Klartext, Management Commitment auf allen Ebenen. Als zweites, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten Dinge messbar machen, das ist richtig und sinnvoll, dann haben Sie die KPIs, Key Performance Indicator, also die Kennziffern. Damit machen Sie Dinge belegbar. Gut und wichtig, auf jeden Fall bitte auch liefern. Der zweite Faktor jedoch dazu sind die CSFs, die Critical Success Factors, die weichen Faktoren. Es bringt nichts, wenn Sie eine Kennziffer aufpolieren auf Teufel komm raus, aber plötzlich ist die Motivation eine Katastrophe, die Organisationskultur geht den Bach runter, die Stimmung im Team ist miserabel, denn auch das hat eine Auswirkung, ob Sie es mögen oder nicht. Das heißt, neben den KPIs, und KPIs kennen als Begriff mittlerweile so gut wie jede Führungskraft, brauchen Sie auch die CSFs, die weichen Faktoren, die Critical Success Factors. Und nehmen Sie es mir nicht übel, ganz viele Führungskräfte werden vermutlich das Wort CSFs zum allerersten Mal gehört haben. Umso wichtiger sich damit jetzt zu beschäftigen. Und das dritte hierbei, bei der Umsetzung, Führungskräfte müssen nicht nur formal, sondern auch sozial legitimiert sein, da ansonsten Mitarbeitende Ihnen nicht folgen werden. Wenn Sie eine Führungskraft sind, die aus welchem Grund auch immer im Tagesgeschäft so gut wie nicht auftaucht, relativ selten zu sehen ist, relativ selten bei Meetings ist und Sie tauchen eigentlich gar nicht auf und plötzlich, plötzlich aus dem Nichts tauchen Sie auf und sagen, so liebe Leute, ich brauche jetzt Gefolgschaft und zwar jede Menge Ersparnisse bei euch, Klammer auf, nicht bei mir, Klammer zu, aber bei euch auf jeden Fall jede Menge. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen niemand mehr folgt und dann schaden Sie sich selbst in der Reputation, nicht nur kurz, sondern auch mittel- und langfristig. Das Ganze landet ebenso auf Kununu, Ihre Netzwerke werden Schaden nehmen, wenn Sie jemals als Führungskraft wieder einen Job brauchen, Leute holen sich Referenzen ein, werden Menschen sagen, oh Gott, nee, bei der Person, lass mal lieber, da würde ich aufpassen. Und deswegen ist es auch in Ihrem eigenen Sinne, wenn Sie Ihren Ansprüchen Genüge tun und vor allen Dingen als Vorbild hervorragend arbeiten. Fassen wir das Ganze zusammen. Fazit, wir brauchen mehr Vorbilder und zwar auf allen Ebenen, denn dann haben wir den sogenannten Multiplikatorenansatz, wenn Menschen halt merken, unsere Führungsebene lebt etwas vor und lebt es selbst, multipliziert sich das durch die gesamte Organisation. Das ist positiv auf allen Ebenen und am Ende eben auch im Recruiting, weil das Ganze wird Ihrer Reputation entsprechend auch gut tun. Sie bekommen ein besseres Image als arbeitgebende Organisation. Employer Branding ist für einige mit Sicherheit ein Begriff und dann bekommen Sie dazu noch eine höhere Motivation, automatisch weniger Absentismus und geringere entsprechende Ausfallzeiten. Dadurch haben Sie automatisch mit der höheren Motivation, auch natürlich unter höheren Zufriedenheit, die damit kommt, deutlich geringere Fluktuationen. Sie haben sofort höhere Produktivität und nebenbei wird das Recruiting auch noch günstiger. Also mit all dem zusammen haben Sie eine garantierte positive Auswirkung auf die Bottom Line, auf das Ergebnis der Organisation und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das war ein Brett, dann kann ich das verstehen, dann lassen Sie uns gerne ins Gespräch gehen. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da habe ich ein paar Punkte, die würde ich gerne besprechen, schreiben Sie mal eine E-Mail nb-networks.com, habe ich auch unten nochmal in die Shownotes von den Podcasts reingeschrieben. Ebenso in den Shownotes finden Sie meinen LinkedIn, da können Sie auch gerne sich mit mir vernetzen und dann können wir da gerne auch in Kontakt treten. Das Zweite, was ich immer erwähne, ist, melden Sie sich gerne an bei unserem Leadership Letter, denn wir haben auch Live Sessions. Wenn Sie gehen auf expert.nb-networks.com, dort finden Sie alles, was entsprechend dann publiziert wurde von mir, wenn Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse eintragen, denn Sie bekommen jeden Mittwoch nur eine einzige E-Mail. 100% Inhalt, garantiert werbefrei und da finden Sie ohne Berechnung Zugang zu allen meinen Publikationen und ebenso natürlich dann auch die Podcasts, alles was dazugehört, aber auch eben Links zu den Live Sessions, Datum, Uhrzeit, direkt dazugehört und so weiter. Alles ohne Berechnung für unsere Zuhörenden und Lesenden. Der dritte Punkt ist aber der wichtigste, nämlich anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie gehört haben, denn nur wenn Sie anwenden, was Sie gehört haben, werden Sie die positiven Veränderungen sehen, die Sie in Ihrer Organisation offensichtlich haben wollen. Dabei wünsche ich Ihnen Erfolg. Ich stehe für Hilfe, jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich gerne rund um die Uhr, ich freue mich da jederzeit von Ihnen zu hören und dann bleibt mir zum Schluss noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.